Um eine vernünftige Homepage oder App zu kreieren, kommt man kaum drum herum, Listen oder Tabellen zu erstellen. Und genau deswegen zeige ich dir in diesem Video, wie man das Ganze mithilfe von HTML machen kann. Starten wir dabei mit den Listen. Um erstmal zu verstehen, was überhaupt eine Liste ist, starten wir mit einem ganz simplen Texteditor. Hier gibt es zum einen die sogenannten Aufzählungslisten und zum anderen die sogenannten nummerierten Listen. Bei den Aufzählungslisten werden die einzelnen Listenpunkte durch einfache Punkte dargestellt, wohingegen bei den nummerierten Listen die einzelnen Listenpunkte durch Zahlen dargestellt werden, wodurch man hier etwas mehr Struktur und eben auch Reihenfolge hereinbekommt. Im HTML-Kontext spricht man genau deshalb auch von ungeordneten und geordneten Listen. Um nämlich in HTML sogenannte ungeordnete Listen zu erstellen, benutzt man das UL-Tag für Unordered List und um geordnete Listen zu erstellen, benutzt man das OL-Tag für sogenannte Ordered Lists. Recht einfach, wie ich finde. Schreiben wir so einen Tag jetzt einfach mal in ein HTML-Dokument rein und packen in das Tag etwas Text hinein, sehen wir schnell, dass dabei noch keine Liste entsteht. Denn durch diese Tags, eben das UL und das OL-Tag, definieren wir zwar, um welche Art von Liste es sich handelt, aber dadurch definieren wir eben noch keine Listenpunkte. Dies kann man machen, indem man innerhalb dieser Liste ein LI-Tag verwendet und innerhalb dieses LI-Tags jeweils den Text des einzelnen Stichpunkts hineinpackt. Und schwuppdiwupp haben wir auch schon eine richtige Liste erstellt. Und will man in diesem Fall jetzt aus einer ungeordneten Liste eine geordnete Liste machen, kann man einfach das UL-Tag für Unordered List durch ein OL-Tag für Ordered List austauschen und schon haben wir eben eine geordnete Liste. Möchte man jetzt noch so wie in Texteditoren zu einem gewissen Stichpunkt zum Beispiel noch Unterstichpunkte machen, die etwas eingerückt sind, ist dies eigentlich auch recht einfach machbar. Man kann nämlich einfach innerhalb einer Liste an den gewünschten Punkt eine weitere Liste dranhängen, die dann automatisch eingerückt ist. Das ist grundsätzlich auch schon alles, was du zu dem Thema Listen in HTML wissen musst. Deswegen kommen wir direkt zum nächsten Thema und zwar den Tabellen. Ähnlich wie bei den Listen kann man eine Tabelle ganz einfach begrenzen. Das macht man in diesem Fall mit dem sogenannten Table Tag. Wichtig ist an dieser Stelle noch in das Table Tag das Attribut Border dazu zu schreiben, damit eben der Rand nicht unsichtbar, sondern sichtbar wird. Das macht man, indem man das Border Attribut einfach innerhalb des öffnenden Table Tags einfügt und somit die Breite des Randes für die gesamte Tabelle definiert. Was auch sehr ähnlich zu einer Liste ist, ist, dass man nicht einfach Text in das Table Tag hineinschreiben kann, sondern die einzelnen Tabellenzellen definieren muss durch das TD Tag. Das TD Tag steht für Tabellendatensatz bzw. Table Data. In unserem Beispiel hier haben wir also drei Zellen. Das TD Tag definiert dabei aber nur, wie viele Zellen es nach rechts hingibt. Also definiert es quasi die Breite unserer Tabelle. Möchtest du zu dieser Tabelle noch eine weitere Zeile hinzufügen, kannst du das Ganze durch den sogenannten TR Tag machen. Das Ganze steht für Table Row, also Tabellenzeile bzw. Tabellenreihe. In die jeweilige Tabellenzeile kannst du dann also deine einzelnen Tabellendaten packen und somit die Tiefe und die Breite deiner Tabelle definieren. Besonders wichtig ist hier aber, dass du immer erst eine Tabellenzeile definierst und dann die einzelnen Tabellendaten in die jeweilige Tabellenzeile hineinschreibst. Es ist wirklich wichtig, dass man hier auf die richtige Verschachtelung achtet, da sonst diese ganze Tabelle buggy ist bzw. einfach nicht so aussieht, wie du es gerne hättest. Willst du jetzt in der ersten Zeile deiner Tabelle das Ganze so aussehen lassen, als wären es Tabellenüberschriften, benutzt du hier einfach statt dem TD Tag den TH Tag. Das Ganze steht für Table Header bzw. auf Deutsch dann eben Tabellenüberschrift. Und zu guter Letzt zeige ich dir jetzt nochmal zwei Tabellenattribute, womit du deine Tabellenzellen breiter bzw. tiefer machen kannst. Zuerst gibt es dafür das sogenannte Colespan-Attribut. Dieses Attribut hängst du einfach an deine Zelle an und definierst darüber, wie breit eine gewisse Zelle sein soll. In diesem Beispiel ist es so, dass die Zelle jetzt eben eine Breite von drei regulären Zellen hat. Und entsprechend kannst du dann mit dem RowSpan-Attribut das gleiche für die Zellentiefe machen. In diesem Fall haben wir eben das so definiert, dass die Zellentiefe die von zwei regulären Zellen ist. Und damit sind wir mit den Basics von Listen und Tabellen auch schon durch. Ich denke, es ist relativ simpel, aber du bist mit diesen paar Tools jetzt schon in der Lage, Listen und Tabellen nach deinem Belieben anzufertigen. Diese Listen und Tabellen sehen jetzt zwar noch nicht so sexy aus, weil man das Ganze eben mit dem sogenannten CSS bzw. mit dem Style Sheet optisch noch deutlich aufwerten kann. Zu diesem Tool bzw. zu dieser Sprache der optischen Aufwertung kommen wir aber eben in einem späteren Video der Reihe von 0 zur ersten App. Bis dahin, viel Spaß!